Und wir machen jetzt aber weiter, hier bei Zirkus halt gar nicht, Mann, ey, solche Emotionen, damit kann ich als Neudeutscher gar nicht umgehen. Überhaupt, Emotionen in dieser Show kenn ich nicht. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie das nächste Gewinnspiel ausgegangen ist. Da ging es halt nicht um 5000 Euro, nicht um 10.000, nicht um 20.000, da ging es um 1000 Euro, meine Damen und Herren. Bei der Good Night Show, wer gewinnt, der schlafende oder der wache Mitbewohner? Hier kommt der finale Teil, viel Spaß. Das heißt, wir verlassen dein Zimmer wieder und machen uns bereit für Runde 4 und wir spielen um 20 Euro. Geil. Runde 4 heißt Step by Step. Wir haben hier den Good Night Show Countdown. Wenn ich gleich hier drauf drücke, laufen hier 20 Sekunden runter und es kommt ein Signal am Ende des Countdowns, was so ziemlich jeden hier wach machen wird und sehr laut ist. Wir können da mal kurz reinhören. Deine Aufgabe ist es, in den 20 Sekunden, wo der Countdown runterläuft, einmal die Treppe hochrennen, einmal die Treppe runterrennen und idealerweise, bevor er abgelaufen ist, hier oder auf Space drücken und damit ist der Countdown beendet. Damit du dir aber nicht die Knössel verstaust oder so, weil es ja relativ hart hier ist, der Boden, haben wir dir super gedämpfte Schuhe mitgebracht. Die sind genau dafür gemacht, dass man damit hoch und runter rennen kann. Das Problem bei den Schuhen ist, es sind Stemmschuh. Dann würde ich nur sagen, bei leise Preise. Okay, Julian, du bist bereit. Ich bin bereit. Gut. Das gibt's ja nicht. So, glaube ich. Runde 4. Bestand. Meine sehr guten Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, senora, si senores. Let's get ready to finale. Okay, Julian, ich will den Druck jetzt nicht nochmal erhöhen, kurz bevor es ins Finale geht, aber ich möchte dir nochmal ganz kurz zeigen, worum es jetzt geht. 1000 Euro hört sich wenig an, wenn man es erstmal hört. Also, jedenfalls auch, was Geld angeht. Aber ich zeig dir mal ganz kurz, wie viel 1000 Euro in Wirklichkeit sind. Das sind 1000 Euro. Wow. Die können bei dir gehören. Und dafür musst du nur eine Sache machen. Du musst das Finalspiel bestehen. Das Finalspiel heißt Preis am Stiel. Für Preis am Stiel musst du nichts anderes machen, als, darf ich einmal ganz kurz mal essen, dieses Becken. Halt mal bitte kurz. What the fuck? Auf diesem Stück 30 Sekunden so zu balancieren. Also nur auf deinem Zeigefinger. Und wir können mal ganz kurz hören, wie laut das ist, wenn es runterfällt, damit wir wissen, aha, das Geräusch, es ist runtergefallen. Wenn das Geräusch da gewesen ist, ist dir das Ding, der mich runtergefallen. Und damit ist das Spiel vorbei. Jetzt kommt allerdings noch die Kirsche oben auf die Sahne, indem ich dir sage, wo wir dieses Spiel spielen. Ich weiß das, vermutlich oben im Zimmer, mit der Kamera. Ja, wir gehen hoch in das Zimmer von Max. Also, bist du bereit für Sinale? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit für Preis am Stiel? Äh, ja. Dann möchte ich dich, dass du jetzt in diese Kamera guckst und sagst, bei leise Preise. Na ja, gehen wir es nochmal. Bei leise Preise. Fuck. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Okay. Okay, ich bin im Prinzip soweit. Du sagst los. Auf der Wärtsamke. Warte, los. Ich bin im Prinzip soweit. Max, wir sind seit geschlagenen drei Stunden bei euch in der Wohnung. Und der Juni hat super gut gespielt bis hier. Aber leider hat er verloren. Ich mach das einfach mal. Ja, ärgerlich, du. Der hätte 1000 Euro gerade gewinnen können. Ach, Julius. Das ist scheiß Wettel. Jawohl, ne? Was muss der denn machen? Ach, der hat so ein paar Sachen machen müssen. Der hat sich echt gut geschlagen. Du wurdest die ganze Zeit beim Schlafen übrigens gefühlt. Ich hoffe, du hast keine Schweine reingemacht. Ich weiß es nicht. Juni, das ist sehr ärgerlich, ne? Ja, das ist sehr scheiß. Das ist richtig. Aber verlieren ist bei uns nicht bitter. Denn wer verliert, der bekommt bei uns einen. Oh, Gott sei Dank. Ich da einen. Einen Trostjoghurt. Super. Ja, da ist nichts drin, meine Damen. Ich hatte zwischendurch die Durst. Vielen Dank an Julian. Du warst ein hervorragender Kandidat. Leider nicht geschafft. Es war eine hervorragende erste Ausgabe. Es hat großen Spaß, mit dir zu spielen. Mein Name ist Joko Winterscheidt, der Moderator von der Good Night Show. Und ich freue mich, Sie bald hier wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, gute Nacht. Wenn ihr noch mehr Videos von Circus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine. Raus. Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine. Hau ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, soll ich noch? Beweg dich nicht. Hör mal, hast du was an den Ohren?